und damit herzlich willkommen leute bei einer weiteren episode von star wars tv sandysch mit meiner wenigkeit eurem koordinator wir sind auf lucia und wir sind dabei doch oder ich habe den namen vergessen doch da gibt es doch missionsziele da steht doch kämpfe dich durch das imperiale basislager durch weil wir suchen ja sanator wäler gana ich war jetzt da wo ich gehe holt ich mir erst mal dieses hologram ach du scheiße wo ist es heftig jawohl neben einem exklusiven fast einfach mal endlich hört seine und das macht man ja so und macht man auch nicht anders von halter die schnauze ja magst du fliegen magst du fliegen kommen hier das generator schon wieder dauernd hast du für ein nutz ich habe angst dass ich hier gleich runterfliege ach komm weil mir gerade so auf den sack geht da vorne ich bin doch kein flummi du bist ja gut ich habe dich auch lieb mein kleines dummes vieh da machen wir hier wohl vor den epilepsi wenn ich da oben aber ich sehe schon ich komme da noch nicht weiter äh deswegen wandern wir mal zur nächsten ja dass sie gut aus sich spüren ich kann das leid dieser kreatur spüren schon ein bisschen heftig ja könnt ihr vielleicht den schmerz der kreatur irgendwie lindern könnt ihr die kräfe zerstören die sie festhalten ich kann es versuchen danke alter geht doch ich stehe da hinten und wenn sie so und ihr allesamt weg au 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 ruhe lass mich in ruhe und du lässt mich soll ich denn da bitte rauf kommen super sieht aus wie chuck norris wie soll ich denn da hinkommen da komm jetzt aber einer komm ich da hoch ne ne nicht wirklich hinten nicht alter was ist denn das hier für gerutsche ich hab dir geholfen deine alter ich kann sie doch nur noch töten das nehme ich mal mit doch da dürfte der letzte sein oder ja vorne sind gegner und geben da sind du bist böse du bist böse ich bin hier der gute ich bin hier der held da lass mich eben rauf lass mich eben rauf so bam komm was ist mein mit dir was ist mein mit dir ja was ist mein mit dir bum komm 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 2 wenn man nicht den habe ich wir müssen aber noch mal eine oder äh wie verpackt ist denn das Ding da wollte ich ich wollte gerne diese Kette da kaputt machen auf jeden Fall ist es ist es der Kran wo ich nämlich noch dieses Ding kaputt machen wollte hä? ja das ist das aber da ist ja nix ja super alter wie soll ich das denn bitte schaffen das Bonusziel wenn ich okay alles klar sehr schön wenn man Bugs hat die einem daran hindern Bonusziele zu erfüllen sauber so muss es sein dann gehen wir mal rein echt das Vieh ist doch das ist ein Tunnel der führt in das Vieh rein ey ist doch abwartig wird ja gleich töten das Vieh TIE Fighter ein kleiner und wendiger Raumjäger für einen einzelnen Piloten wird in massive Massen produziert und das Rückgrat Empire am Viertel zu formen ja also Masse vor Qualität Alter ist voll creepy ist voll creepy das ist voll eklig das ist voll eklig das ist das eine Leuchtfunze was ist das ach so alter das ist voll widerlich ganz ehrlich er bauten eine abgefuckte Phase ich war es nicht ist doch echt widerlich komm ich denn da hin da wird sich alter soll ich denn da rankommen aus wie Chuck Norris wo ich da nö komm ich da runter ach sauber äh ist voll widerlich hier unten ich wollte schon immer mal wissen wie das so ist in so einem Vieh so I I i Ihh So Ihh geht Meine Freistöhe Dead Space 4 oder was Das hat sich Was soll das sein? Du furzt oder wie? Kann ich durchgehen? Ja Nein, halt dich fest, du Sau! Sauber Ah Damit hätte ich mich auch zu dem Ding entbewegen können Sauber Okay Jetzt aber Raus geht's Wo bin ich denn hier? Hallo Ich kann fliegen! Superman Halt 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 Habe gesagt, wir spielen Fußball. Und Aufschlag und BAM in your face. Nein, äh. Was mache ich? Ich muss mal einen Ball holen, ja? Ja. Aber mit dem Ball kann man auch spielen. Oh, ich spiele gerade mit meinem Rancor Fußball. Ich habe gesagt, wir spielen Fußball, nicht Smashball. Dummes Vieh. Lass mich in Ruhe. Ich spiele jetzt Fußball. Komm. Aufschlag. Ich glaube, dem geht es gut, oder? Ich glaube, der hat Spaß. Komm. Tor. Nein, komm. Und komm. In your face. Bui. Ey, der hat sich rechnen. Jetzt. Komm. Ja, komm. Dann machen wir es halt so. Wenn du nicht mit dem Spielball spielen willst, dann machen wir es so. Dann spielen wir halt King of the Rancor. Und es aussieht gewinnig. Bumm, hey, du hast da was hängen. Gibt es sofort wieder her. Machtblitzeinfernung. Gut gewonnen. Oh, und damit. Oh, das nehmen wir auch noch mit. Was aber da schön ist. 10.000 Machtpunkte. Böses Pflanzen. Böses Pflanzen. Böses Pflanzen. Böses Pflanzen. Oh, nein. So, ihr seid nämlich blöd. Und wenn ihr da seid, dann. Und überall sind irgendwelche Pflanzen. Jetzt ist es klar. Sind wir hier bei Pflanzen versus Zombies? Na, danke schön. Oh. Zwischensequenz. Wir machen aber noch mal einen kleinen.